Mein Name ist Sander, ich bin der, der diese Bilder malt. Wie man hört, komme ich aus Österreich, lebe aber schon sehr lange, über 30 Jahre im Tessin. Das erinnert mich übrigens an das Tessin. Ich habe Symbole in den Arbeiten, die wir dann im Einzelnen genau anschauen. Wichtig ist zu sagen, dass es Philosophien sind, die nicht nur von mir, von Gelesenen oder erlebt wurden, sondern auch die jeder Betrachter für sich alleine erarbeiten kann, von der Fantasie.